es ist ein bisschen was habe ich denn hier gefunden bin ich irgendwie deppert alter dauer einfach weiter und über mir waren so eine kleine hülscher moin moin meine ganzen kameraden ich habe sie auch alle geschlachtet körper so brauchen wir mal weiter gibt es hier irgendwas was noch die es hat da geht es auch noch weiter okay warte mal kommen wir gehen einfach schnell durch gucken was es noch alles gibt nichts mehr nur noch das hier komm schnell ich will das noch haben schnell 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 die scheiß bienen zermöbeln mich was ich bin schon wieder voll alter ich bin so glücklich dass wir ein backpack haben doch nicht weg machst du uns doch beide nicht so schwer die arme kuh manchmal gewaltig ich finde es einfach immer so was von witzig alter leadstone und silber immer zusammen kann man fast nie getrennt suchen kann man auch was mit nehmen da oben ist noch ein bisschen silber da ist noch silber da oben geht es auch noch weiter oder was oh hier lorid bestes mittel um energie zu bekommen noch nee das gold langsam kommen wir voran langsam nähert sich das eischönchen die die nuss oder so keine ahnung ich dachte heute wäre freitag alter es geht so schön geht so scheiße schnell die tage ne es geht echt brutal man ist ja nur noch am schlafen und so weil man jetzt jeden tag nur noch am pc hängt ja morgen schon fast 20 minuten wieder am aufnehmen schon eine folge vorbei ich habe das ja auch früher gemacht wo ich alleine modpacks gespielt habe ne habe ich das so gemacht dass ich wirklich immer nur eine folge bis 15 minuten gemacht habe da kannst du dich gar nicht auf das spiel konzentrieren wenn du nur noch auf die uhr guckst okay 15 minuten wirklich abstoppen und so und da hast du nichts mehr gebaut alter irgendwie das ging so scheiße schnell da habe ich auch genug gemacht bis ich die 15 minuten voll hatte habe ich aufnahme beendet und bin vom server gegangen bis das hochgeladen ist bin ich wieder drauf gegangen und das war so abwagend aber habe ich mich immer so geärgert man spiele ich jetzt weiter und so dann habe ich das projekt einfach geschlossen zum glück machen wir das so jetzt das ist cool bisschen aufwand aber was soll's man kriegt alles hin alter was gibt es hier für sachen ich rede mal hier von millionen jackpot nein oder harvey wir haben spawner was war ein zombie wahrscheinlich ich gehe da jetzt noch nicht rein warte ich markiere ihn mal ganz kurz weil hier koppelstone wand ist spawner mal schön in dieser farbe erstmal schön die ganzen erz hier mitnehmen alter hier gibt es so viel ach du scheiße machst du einen waypoint ja habe ich ich versuche trotzdem klein scheiße das bringt ja doch ich habe noch eisen dabei gut woher braucht man eigentlich soll soli die feld experience die kann man später umcraften in geile sachen irgendwas dafür muss ich aber ein gerät bauen das sind diese komischen grünen dinger ne nehmt sie mit ok boah ey zum glück gibt es hier backpacks ey wie oft ich jetzt nochmal nach hause rennen musste und auslernen ey kann ich jetzt einfach hier durchbrasseln alter was ist das denn für ein kameraden alter voller kamikaze alter ich bau grad was schönes ab ne auf einmal zersprengte komplett alles ey was ich hab was ich abgebaut hab leute lasst mich mal bitte ganz kurz in frieden ich muss mir nur ein schwert neu bauen dann könnt ihr mich wieder jagen inventar schon wieder voll das ist heftig kühl sind eigentlich hier schon dämlich weil generell die tiere mein kraft ja dass sie nicht wegrennen wenn die sehen dass das tier von ihrer gleichen art getötet wird bin ich schon ein bisschen dämlich alter wie viele spawner sind hier irgendwie keine ahnung ich hör nur noch zombies alles voll oh shit ich geh da gleich rein alter mach da stress alter ne ne da runter geh ich jetzt nicht zur lava hab ich kein verfügnis für geil 20 minuten wieder nur am farmen ey so schön viel kohle leute und so viel gold finde ich hier ne das ist unnormal weißt du was wir sind ja auch dumm mit den kisten wieso es gibt andere kisten iron chest gold chest und hier haben wir noch größere plätze weißt du du brauchst du nur eine kiste mit vier eisen oder so oder acht dann hast du eine eisen chest das bringt schon mehr so was gibt es hier ich suche einfach jetzt mal alles ne ne lass mal oh da hab ich jetzt keinen bock reinzugehen geh weg skelett ich will nichts von dir du hast mich schon längst verloren über dieses geile status quads bestes erz eu west warte das habe ich schon gehört oh auftauchen so das habe ich gefarmt dann glaube ich noch mehr gold ne ja gönne ich mir und hoch mit der olge ok es ist soweit ich gehe rein den bietenstock baue ich gerade noch nicht schnell ab den braucht kein mensch ouch auja alter sind da viele zombies drinnen weil ich in der nähe stand alter was sind ja so um die über zehn leute ja kese ja mache ich ja schnell auslöschen lau wie viele xp hier einfach sind lass mich verarschen keine einzige kiste hä was ist das denn für ein bug ist das so ist das so normal habe keine ahnung voll komisch das mache ich aber jetzt so die schotten ja gut jetzt haben wir zum einen schon mal ein spinnspawner den kann man mit der portal gun automatisch mitnehmen dann können wir eine geile mob form bauen dann baue ich mich mal zu den anderen kollegen dahin ich bin so voll ey wo seid ihr leute wo seid ihr irgendwo muss hier noch ein spawner sein irgendwo muss hier noch ein spawner sein also wie viele zombies beruhigt euch alter das noch ein spawner ach du scheiße hilfe hilfe ich bin tot ich bin tot geh weg hier sind bäume ich weiß kisten ah der zweite spawner ich bin so tot ich lebe ich lebe ich lebe lauf und dein leben ah jetzt kommen sie zu mir kommt der hier was ist los mit euch ich wollte ich stress oder was oder sind ja bäume so spawner 2 wo war denn der erste da hinten in dem gang durch hier den weiter 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 geradeaus ja weiter jetzt rechts da oben direkt nebeneinander wo da ja warte mal ich brauch das alter was ich kann nichts mehr mitnehmen alter du musst du mir helfen du musst überall von den spawnern die sind bemosten pflaster stein abbauen warum ich brauch also die muss man zusammen kaufen kriegt man so moos dinge raus und das brauche ich für spezielle sachen was ich bauen will scheiß ich bin so voll alter das brauche ich jetzt nicht na ole warte mal was kann ich dir mal hier nimm mal was mit irgendwie sowas ich was ist das denn äh Iridium oh Digga hier nimm das noch mit bisschen so Staub aufsammeln und das hier noch voll geil alter zwei spawner gefunden na Digga bringt jetzt nichts hier weiter zu laufen ey ich hab jetzt auch alles und bis